Okay, versuchen Sie einfach mal, sich ein bisschen zu entspannen. Bei Christian sieht man ganz deutlich dieses Verkrampfen unserer Welt. Im Grunde ist er, ist er das Gesicht unserer Welt. Ist alles okay? Ja. Irgendwann der Massage gekommen. Wir sind alle Opfer. Meine Mutter. Mein Licker aus. Guten Appetit. Danke. Deine Mutter. Ja. Ich will sein Werk weiterhin hassen. Das ist die Wirklichkeit. Wir nehmen es in die Gesellschaft. Das war früher immer mein größter Traum, einmal mit so einem Bräumädchen zu schlafen. Das habe ich nie, der mich immer gemieden. Mie ich nicht. Das war die Komm stütze. Es war bestimmt ein städt.